Musik Zu Füßen der Zeitser Moritzburg wurde am vergangenen Wochenende zum Zeitser Weinfest und Autoherbst geladen. Solche Veranstaltungen werden nicht selten genutzt, um Vereinen etwas Gutes zu tun. Zu Tat dißt der Skatverein Glücksschilder Dreiländereck dem Kinderturnglub des SV Kickers Rasberg mit einer Spende von 200 Euro. Wir haben zur 1050-Jahrfeier in Zeits das Abreizgeld gesammelt gehabt und dieses Abreizgeld haben wir gesagt, stellen wir den Kindern für eine gemeinnützige Sache zur Verfügung, weil eine integrative Sportgruppe mit Behinderten, mit ausländischen Kindern doch eine ganz lukrative Sache ist für Zeits, das Ganze weiter voranzutreiben hier. Also momentan trainieren wir ja ganz tolle hart für unsere Kinderturnschuhe Affenstark und Löwenschlau für den 21. Oktober 2017 in der Berufsschule Zeits. Wir brauchen da ja auch noch Materialien und wir müssen ja die GEMA bezahlen, wir müssen ja auch noch Ton und Technik bezahlen. Diese Sachen werden damit alle finanziert. Und wir unterstützen natürlich auch die Turngruppen unter die Kindereinrichtungen mit einer kleinen Aufwandsentschädigung, weil sie haben ja auch Unkosten gehabt, dass wir da ein bisschen was denen zur Verfügung stellen, Rückerstattung machen sozusagen. Ansonsten heißt es, Kinder halten sich in Bewegung, wir haben Spaß, wir finden neue Freunde, wir gehen eigentlich alle Sportarten durch, um den Kindern den Weg zu zeigen, welche Sportarten gibt es, wo kann ich mich ja später mal hinbegeben, wenn ich speziell eine Sportart machen möchte.